Ich habe immer Probleme. So ein eigener Orgel, das geht schon 20 Jahre. Wenn ich eine Orgel einweichend ist, dann will ich keinen Ton mehr raus. Weil man sich so engagiert hat mit dem Instrument. Und sie hat ein Kind. Was hier stehen bleibt und man muss weggehen. Jetzt reiß ich sie zusammen. Die Geschichte ist ja folgendes. Zuerst habe ich euch kennengelernt. Den Chor. Dann habe ich jetzt die Laura kennengelernt. Das ist so eine Lebensgeschichte. Dann habe ich sie für den Auto kennengelernt. Dann haben wir eine tolle Branche bauen dürfen. Und jetzt haben wir die Bälle gegangen. Und so, wie der liebe Gott mein Leben hier geschoben hat, wird er dafür geholfen, dass das der Nachfolger wird. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Er wird aber weiter wollen. Denn er hat seinen Beruf ausbeheben. In Deutschland undenkbar. Er ist ja praktisch am Abend der Ewigen. Er hat eine Entscheidung beim Staat mit uns bezahlte Stelle gekommen. Und plötzlich kommt er mit einer Organistengruppe zu uns in die Werkstatt und sagt, das ist das, was es war. Und er will nicht nur machen, sondern er macht es. Er ist ausgebrochen begabt. Er ist überdeutschlich nicht begabt. Er hat selbst einen Sohn begabt. Jungen lang getroffen, der also alles annimmt, was man sagt. Und natürlich ist er in kurzem in der Früh. Und er lernt, wie ein besessener Deutsch, weil er sagt, nur wenn er Deutsch kann, kann er das wissen, was ich habe aus dem Haus. Jungen lang. Jungen lang, den Hauptsdingern. Jungen lang, den Deutsch, den Katernillag. Wollen wir mal ein bisschen animieren. Das ist eine Art, die sensibilität ist in der Tatooinein. Und manchmal nur ein paar Sekunden, um das alles in Bewegung zu stellen, und das alles in Bewegung zu externen. Und das ist das, was passiert hier mit Augustus. Er hat sich hier, wir alle alle wissen, aber auch noch nicht in der Tatooinein, aber auch in der Tatooinein. Er hat sich in der Tatooinein. Es ist hier eine sehr gute Idee, dass er auch eine sehr gute Idee ist, dass er auch eine sehr gute Idee ist, dass er die Welt, die erste Erinnerung, sozusagen, die erste Erinnerung, die erste Erinnerung war, der erste Erinnerung war. Er hat so lange, so lange. Er hat sich die Geschichte, die er hat sich sehr gefühlt. Und jeder Artikel, jeder Artikel, er hat sich eine große Herausforderung. Er ist wie ein Kind. Er ist eine Artikel. Er ist eine Artikel. Er ist eine Artikel. Meine war, war und mir, war. Aber war und war, und dafür, dass ich ein Kind für das Erwachsenwerkt und das Wettbewerbs für das Erwachsenwerkt und das Erwachsenwerkt, und das Erwachsenwerkt. Aber er ist eine Stabilität, und für diese Profisal. Du hast gesagt, dass du in der Allemann bist, weil du nicht in Allemann bist, du musst ihn nicht mehr wissen. Du musst ihn nicht mehr wissen. Du musst ihn nicht mehr wissen. Du bist sehr glücklich. Du bist sehr glücklich. Du bist sehr glücklich. Du bist mein Erwitz. Du bist mein Erwitz. Ich muss natürlich ein sagen, ohne Prälaure wäre der Bau dieser Orgel unmöglich gewesen. Denn er hat das eingefädelt, dass wir in der ehemaligen Schreinerei vom Kloster in Rodeo arbeiten konnten und wenn ich mir heute noch die Bilder vorstelle, wie der Prälaure gestanden hat mit dem Boschhammer und nebenan den Kuhstall abgerissen hat, wo eigentlich jetzt die Montagehalle ist und die Kreisverarbeitung. Ja, der Prälaure ist immer mit größtem Einsatz dabei und immer noch. Gerade wieder hat er eine perfekte Arbeit gemacht, einen wunderschönen alten Weißneubel-Ledern. Also ohne Prälaure wäre der Aufschub zum Orgelbau in Brasilien undenkbar. Das ist schon eine Prälaurekunde, ne? Und der ist gewesen. Das ist schon eine Prälaurekunde. Er str长 på H captur lov aus dem Er ist das Hmm, Erro também Errico Errico Er wants Stone Er Demain das Pyke Er Program goes Bertens En schhai Also Er Er hopping Er und irgendwie hat er auf den Punkt der Vantage von Schorch und wir beginnen im Brasilien.